Guten Morgen! Morgen! Na, wie geht es, unsere Alchemistin? Spitze! Ich bin nun offiziell eine von euch! Ich gratuliere! Vielen lieben Dank, Maria! Äh, wissen Sie wo? Du suchst bestimmt Ophelia. Sie ist hinten in der Werkstatt. Meisterin! Ach, du bist es! Herzlichen Glückwunsch! Danke sehr, Ophelia! Ich habe gehört, dass du deine Prüfung als Jahrgangsbeste abgelegt hast. Echt? Man hat mir zwar eine Auszeichnung gegeben, aber auf den ersten Platz bin ich nie gekommen. Da standen noch viele andere Namen über mir. Bestimmt waren das Adlige. Oftmals werden die Noten eines Schülers mit einem besonderen Titel angehoben. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ist aber auch egal. Ich wollte Sie um etwas bitten. Hm? Und was? Ich... Ich will mir die große Enzyklopädie der Alchemie kaufen! Hm, Meisterin! Was sollte sich ein Alchemist nach dem Bestehen zuerst zulegen? Meiner Meinung nach die große Enzyklopädie der Alchemie. Darin stehen Grundlagen, spezifisches Wissen und auch besondere Techniken. Solche Bücher gibt es? Ja, an der Schule gibt sie für 7.500.000 Lea. 7,5 Millionen? Aber über mich würdest du es für 5 Millionen Lea bekommen. Hast du bis zur Abschlussprüfung genug gespart, helfe ich dir mit meinem Rabatt. 5 Millionen also. Hier, ich habe über die letzten Jahre alles angespart! Viele tickeles. Kein